Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte nur ganz kurz sagen, bevor das Video startet, dass, ähm, ja, ähm, wie soll ich sagen, wir heute kein normales Video machen, denn ich erkläre euch, wie man einen, ja, YouTube-Kanal auf dem Laptop erstellt, deswegen wird das ein recht langes, äh, kurzes Video. Ja, wartet. So, da. Oh, wir sind da jetzt so, ihr Jünger da. Gut, dann sehen wir uns gleich. Also, ihr geht bei Google, einfach rein auf YouTube, auf YouTube, klickt ihr hier an, irgendwie, ich bin gerade auf dem Laptop unterwegs, allerdings soll es auf PC auch gehen. Dann, ne, bei mir ein bisschen lang, also nicht wundern. So, und zack. Jeder hat jetzt hier drauf, er will jetzt nicht meinen Kanal stehen, oder? Doch, es wird meinen Kanal stehen, und er würde, wartet, hier nicht eure Videos stehen, wenn ihr keiner habt, dann würde jetzt hier zum Beispiel stehen, Kanal erstellen. Ihr müsst ihr natürlich eure Konten, meins ist jetzt hier, und, ähm...